yo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal gamerstreams heute spielen wir ein bisschen overwatch helden rotation zum beispiel jetzt mal eine runde und hier sind wir wieder zurück im game und es geht jetzt los geht ja darum jeder kill trinkt einem quasi neuen helden und man muss sich versuchen versuchen hier weit durchzukommen ich bin auch genau mit den meisten und gar nicht so vertraut jawohl sehr schön genji ach schade in die tonne schmeißen jawohl ja jawohl 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 ja schade schade ja jawohl 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 gerade läuft es richtig jawohl oh mein gott oh mein gott es läuft gerade so gut ich stelle mich jetzt einfach hier in den scheißraum obwohl das auf range oh ja und jawohl ja oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja oh mein gott ja gut den den habe ich jetzt kaum gespielt Oh mein Gott, es läuft gerade so gut, oh mein Gott, na, nein, jawohl, okay, na, schade, schade. Aber es war, nein, 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 jawohl, 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 oh mein Gott, das ist rüber, na, ja, und ich hab's, jawohl, ah, sehr gut, also das war, ich glaub, die beste Runde, die ich jemals gespielt hab, und dann würde ich sagen, war's das schon mit dem Video, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, schaut gern noch andere Videos, seid in den Livestreams dabei, bis dann.